Servus Leute, heute habe ich einen richtigen End-Vibe-Raid für euch. Ich war mit dem Granatwerfer unterwegs, mit dem GL40 auf Shoreline und habe da ein bisschen das Resort unsicher gemacht. Ich habe dann auch ein paar schöne Kills, hat sich gelohnt, dass ich den dabei hatte. Und ja, ich hoffe auch noch, dass wir diese Woche irgendwie ein paar Infos bekommen, wie es mit der Lighthouse-Erweiterung weitergeht, mit Lightkeeper, mit den Scaf-Bossen. Auf Twitter gab es ein Bild mit den Armor-Plates, mit dem Unterlauf-Granatwerfer, neuer Munition. Und ja, irgendwie habe ich die Hoffnung, dass wir da diese Woche noch was sehen. Vielleicht wisst ihr ja schon mehr, wenn ihr das Video seht. Ich bin übrigens neidisch täglich live auf Twitch, twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Dass wir dem sicherheitshalber mal eine 50-Kile in die Hand drücken. Santa Claus, ja genau, Santa Claus confirmed, neuer Scaf-Boss. Und dass er die halt nicht immer hat, okay, aber wie gesagt, man hat bloß eine Patrone gesehen. Hey, dear friend, servus. Und da, was ich hier? 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 Das war's over. Ich glaub, bei dem ist vorbei. Jep, 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 getfumped. Ich hatte die bessere Impact-Granate. Meine war besser. Oh mein Gott, der Quote ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Schön. Das hat ihm jetzt werden nicht so gefallen. Ich hab gestern noch an meinem Wackelkopf gearbeitet. Ja, geht bald in Produktion. Das Teil ist so OP. Ähm. In der richtigen Situation, ja. In der richtigen Situation. In der falschen Situation nicht so OP. Ich glaub, ich hab ihn. Ich glaub, er hat sich einen gefressen. Wenn du den Schuss verfehlst und der Gegner noch lebt. Ich glaub, er ist tot. Und dich dann pusht. Ui. Ciao. Ähm. Oder du wirst von einem Gegner überrascht und musst Waffe wechseln. Ne? Wenn du den gerade in der Hand hast und es kommt ein Gegner überraschend, den du nicht auf dem Schirm hast. Zack. Bist du weg. Das war's. Krass. Also. Ne? Ist nicht immer ein mega krasses Teil. Let's go. Rвиг's out. Har du denheres. No. Till dann schгуst Kyle. Hebberg's. Tofu. All tagged einen has Standards نہ und beliefs. Was ist 어머nig? Ich brauch das neue. All WHICH strafk? Immer stimmt. Porsche als fertine Sie. Wir sehen. Jahr. Das Potenzial, sich selbst zu töten, ist natürlich auch sehr hoch, das stimmt. Absolut richtig. Hey, nice Ding. Geht sehr gut, wie ist es bei dir? Südensch. Südensch. Äh, kommt auf die Muni an, David. Gibt hier auch solche Muni, aber ich habe halt genau die Muni geladen, die das nicht hat. Weil wir in einem Computerspiel sind. Mit deinem grillen Carboard? Naja, wenigstens hast du ein Carboard. Ohne Carboard wäre es noch dümmer, ne? Hier soll es eigentlich auch gewidtern, aber bis jetzt war hier gar nichts. Naja, kommt vielleicht noch. Ich schätze, es war ein Scaf, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, hin und wieder putze ich durch, das stimmt. Hin und wieder. Könnte sein, Goth Royale. Ja, bei mir steht, auf dem Handy steht eigentlich auch Gewitter. Aber wirklich passiert ist nichts. Aber ich glaube, der GL40 scheint gefixt zu sein. Untertitelung der בכlen Untertitelung des ZDF für allen Untertitelung des ZDF, 2020 Tschau! Der ist wendend glücklich, das gefällt ihm jetzt halt Alpha, sehr gut, wie ist es bei dir? Hey, SD, we're dying! Hey, Jack O'Neill! Also, die haben gerade richtig, also drei Fump-Kills ist schon gut, kann ich sagen. Sind jetzt hier noch mehr, ist die Frage. Neuer Briefe-Tag, auf einmal das Event vorbei und das zweite, keine Ahnung, weiß man noch nicht so genau. Ciao, Professore! Na komm, wir machen jetzt mal hier... Nehmen jetzt mal nicht so genau, aber wir müssen ja auch noch die Typen looten. Nehmen jetzt mal hier... Nehmen jetzt mal hier... Nehmen jetzt mal hier... So viel hat er gar nicht. Aber gut getroffen habe ich ihn trotzdem, so viel ist sicher. Da hat er ja gar nichts, der Kollege. Nehmen jetzt mal hier... Nehmen jetzt mal vor... Nehmen jetzt mal hier... Nehmen jetzt mal hin... Okay. Okay. Ich dachte irgendwie, da hätte mehr Gier. Sagt zumindest so aus. Der Schalldämpfer wegen mir. All righty. Blumsding darf er wieder haben. Na gut, dann gehen wir noch Mainbuilding, würde ich sagen. Vielleicht hat er was gehört? Nee, war Schuss. Dann gehen wir noch Mainbuilding, würde ich sagen. Dann kommen wir auch eigentlich langsam schon wieder Richtung Ausgang. Machen wir hier. Hey, in Flames. Servus. Wer unten draußen noch? Nee. Die bleiben, wo sie sind. Das ist mir zu riskant, die zu looten. Jetzt irgendwas gerannt. Stabilen Kopf hat er auf jeden Fall, ne? Muss man ihm lassen. Ja, noch Mainbuilding und dann raus. Fell Bus. finished. Notbau. So isttman, du kannst deine appetite wie!」 Letzим derchluss. Aus. 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 Ja, wenigstens mal ein paar GL40-Gills, ne? Das ist schon mal angenehm. Letzte Runde war ja gar nichts. Gehört habe ich im West Wing, aber auch nichts. Einmal, wenn ich mein Ding, den ich dabei habe, mein Dock Case. Alles voll mit den Dingern. Dass das Event zu Ende ist, aber, ähm, das 30% Event, aber was es noch so nach sich zieht, keine Ahnung. Oh, why? Ich lasse es drauf. All right, geh mal raus hier. Hey, Ufo. Servus. Er ist tot. Das Event war ESCAM, ja, war jetzt nicht das dollste Event, ne? Kommt der jetzt gerahnt? Ich denke es nicht, oder? Er war auf jeden Fall oben irgendwo im Fenster. Wehe, der geht mir jetzt auf den Sack. Ohne Scheiß, da snipet da einer auf Shoreline. What the fuck? Ich meine, wenn er schnell ist, kann er mir jetzt, äh, ans Bein pinkeln. Wenn er jetzt rausläuft und versucht, mir zu geben. Das ist Jäger freigeschalten. Nein, es geht's nicht. Oh, wir sind jetzt keine Scares. Das ist Jäger freigeschalten. Das ist jetzt. Das ist Jäger freigeschalten. War doch noch einer im West Wing. Ja, noch ein bisschen Spannung beim rauslaufen, ne? Hat was. Gut. Naja, Leute, dann macht mal... Machen wir mal Hallo YouTube, komm. War doch eine nette Fünferrunde. Aber davon drei GL40-Kills. Kann ich sagen. Waren doch ein paar schöne Kills und... Auch nicht so lang die Runde. Einmal Hallo YouTube im Chat, wenn ihr euch verewigen wollt. Haut mal raus. Hm, hab ich heute so viel Delay? Jetzt, hab ich heute echt so viel Delay? Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt, normalerweise geht es schneller. Wundervoll, wundervoll. Gut. Reicht. Reicht. I've been counting days to get away to see you again see you again been fighting ways to get away to see you again see you again you but you Vielen Dank.